. Schwanger von 18-Jährigem? Jetzt spricht Plak Kühners Manager. Erwartet Plak Kühner etwa ihr drittes Kind? Die neue Beziehung des Models allein sorgt bereits für eine Menge Schlagzeilen. Immerhin datet die ehemalige Stripperin mit ihrem Two-Boy einen elf Jahre Jüngeren. Nun soll die Reality-Darstellerin aber auch noch ein Kind von ihrem 18-jährigen Lofer erwarten. Selbst schweigt bisher noch eisern zu den Schwanger-Gerüchten. Aber ein Sprecher der Unternehmerin hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Auf die Fragen nach Baby Neves antwortete ihr Manager eher ausweichend. Ich habe keine Ahnung. Ich kümmere mich nur um die öffentlichen Auftritte und kommentiere nie das Privatleben meiner Klienten, meinte er zu dem Online-Portal Page Six. Zwar keine Bestätigung, aber wie ein Dementi klingt das ja nun auch nicht. Auch der angebliche Kindsvater selbst hat die Gerüchte um Nachwuchs bereits ordentlich angeheizt. In dem Podcast NoYumpe erzählte er noch im März, dass und er keine Verhütungsmittel benutzen, ich würde sowieso mit keiner schlafen, die ich nicht auch schwängern würde. Die 29-Jährige hat bereits zwei Kinder. Einmal Sohnemann Kinkiro, 5, mit Rappertüger, 28, und ein noch Töchterchen Dreham, 1, mit deren Vater Rob Kardashian, 31, sie sich schon seit Monaten einen erbitterten Rosenkrieg liefert. Aktuell soll sogar das Sorgerecht für die Kleine auf der Kippe stehen.